Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist, schön, euch alle zu sehen. Lass uns starten mit Gebet. Vater, danke schön für diesen wunderbaren Morgen. Danke, Vater, dass wir hier sein dürfen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, Herr, und dass du ein Interesse hast in unserem Leben, Herr, uns zu verändern. Und ich danke, Vater, Herr, dass du siehst, wie es jedem von uns geht, Herr, wo wir uns gerade fühlen, Herr. Danke, Jesus, dass du ein Wort hast, was uns heute Morgen genau da trifft, wo wir stehen, Herr. Dass es uns befähigt, aufzustehen und voranzugehen, Herr. Dass es uns befähigt, all das zu glauben und zu erleben, was du in deinem Wort versprochen hast, Herr. Amen. Du hast vielleicht schon öfters den Satz gehört, ich kann nicht glauben. Oder das mit dem Glauben ist so schwer. Vielleicht hast du das schon gehört bei Leuten oder vielleicht hast du das, irgendwie denkst du dir das manchmal selbst. Das ist ein totaler Blödsinn. Glauben ist sehr einfach, weil wir es jeden Tag, jede Minute tun. Du glaubst, dass dieser Boden dich hält, dass er nicht genau jetzt sich öffnet und du in der Etage tiefer bist. Du glaubst, dass deine Beine dich irgendwo hintragen. Du glaubst, dass du am Ende des Monats oder am Anfang des Monats einen größeren oder kleinen Betrag auf dein Konto bekommst. Sonst würden wir uns nicht so stressen. Sonst würden wir nicht so viel Arbeit in so einen kleinen Tag packen. Du glaubst so viele Dinge. Und bist es dir gar nicht bewusst. Du glaubst, dass es einen nächsten Tag geben wird. Du glaubst, dass du endlich glücklich sein wirst, wenn du nur den richtigen Partner findest. Wenn du nur endlich genug Geld auf deinem Konto hast. Wenn du, bis du 120 Jahre alt bist, einen gesunden Körper hast. Dann bist du endlich glücklich. Und für diesen Glauben investieren wir ziemlich viel. Also wir alle glauben sehr viel. Und diese klassische Stelle, die wir in der Bibel finden, über den Glauben, den finden wir, weil heute der 11.1. ist. Finden wir in Hebräer Kapitel 11 Vers 1. Stark kombiniert zu früher morgen. Darfst du mal mit mir öffnen. Hebräer 11 Vers 1. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und den zweiten Teil, den will ich heute Morgen besonders fokussieren. Der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, von geistlichen Realitäten, von Tatsachen, die, und jetzt kommt das Problem, das herausfordernde, die ich nicht immer sehe. Und das klassische Beispiel, was wir in der Bibel bei den Jüngern finden, der ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Glauben hatte, ist der zweifelnde Thomas, der ungläubige Thomas. Und das darfst du jetzt mit mir öffnen. Das finden wir in Johannes Kapitel 20. Wir geben ja diesem Thomas oft so diesen Spitznamen, der ungläubige Thomas. Und ich glaube nicht ganz, dass das so gerechtfertigt und so passend ist. Weil wir sehen, dass die ganzen Jünger enorm mit Zweifel zu kämpfen hatten. Genau, wenn die Bibel so von Unglaube spricht oder von Zweifel, dann ist ja nicht damit gemeint, dass ich plötzlich nichts mehr glaube. Haben wir ja gerade gesehen, wir alle glauben tausende von Sachen, die teilweise schwieriger zu glauben sind, als das, was die Bibel uns präsentiert. Sondern meint einfach, dass ich aus der Perspektive der Bibel, des christlichen Glaubens, aus der Perspektive der Wahrheit, nicht mehr die Wahrheit glaube, sondern die Lüge. Also ich entscheide mich, nicht mehr Wahrheit zu glauben, ich entscheide mich, die Lüge zu glauben, das Schlechte zu glauben. Und da finden wir in Kapitel 20, dass Jesus gerade auferstanden war und dass die Jünger irgendwie Schwierigkeiten hatten, das zu glauben. Und warum hatten sie denn so Schwierigkeiten, das zu glauben? Jesus hatte ihnen das doch erklärt. Lukas 24 sagt uns, dass Jesus ihnen sogar anhand dem Wort Gottes erklärt hatte, Jungs, pass mal auf, Mose sagt das, die Propheten sagen das, die Psalmen sagen das, ich muss leiden. Und die Jünger irgendwie, hä, verstehen wir nicht. Dann passiert das und sie sind alle völlig zerstört. Warum sind sie so zerstört? Warum haben sie so Schwierigkeiten zu glauben? Und ich glaube, das war nicht nur, dass Jesus ein geliebter Mitmensch war und da emotionale Verwirrung in ihr Herz kam, sondern sie haben auch gesehen, dass dieser Messias, wo sie ja dachten, dass dieser Messias die Römer rausschmeißen würden, gestorben ist. Das heißt, nicht nur emotionale Verwirrung, sondern auch mentale Verwirrung, wo sie die Pläne Gottes nicht mehr verstanden haben. Und wenn das nicht genug wäre, ist das auch noch, dass ihre eigene Zukunft völlig durcheinandergewirbelt wurde. Dieser Mann, der von sich sagte, dass er die Auferstehung und das Leben war, er stirbt. Der Tod an sich war ja nicht das Problem nur. Sie haben ja Lazarus gesehen, wie er auferstanden ist von den Toten. Sondern jetzt stirbt das Leben in Person. Es stirbt die Auferstehung in Person. Und das ist verständlicherweise ein trauriger Tag. Genau, also wer war dieser Thomas, dieser ungläubige Thomas? Das war jemand wie du und ich. Mein Mann wird ja so gezeichnet, also der kritische Wissenschaftler, der sagt, Jesus, ich glaube nur, was ich sehe. Das war nicht der Thomas in der Bibel. Wir sehen zum Beispiel in Johannes 11, es gibt so drei Stellen, wo Thomas selbst zu Wort kommen darf. In Johannes 11, da sehen wir, wie er den Freund von Jesus sagt und sie motiviert. Hey, lasst uns unser Leben hingeben für diesen Jesus. Jesus, lasst uns sterben mit diesem Jesus. Das war ein Mann, der eine herzvolle Liebe für Jesus hatte, das ein Herz gebrannt hat für das Reich Gottes. Aber, wir sehen drei Kapitel später, dass, obwohl er diese Liebe hatte, trotzdem noch sehr viel Unverständnis in seinem Herzen war. Und, ja, Jesus Fragen stellt am Tisch vom letzten Abendmahl, ja, die zeigen, dass er die Wege Gottes, dieses Leben mit Jesus noch nicht wirklich so verstanden hatte. Und wir sehen jetzt in Kapitel 20, da will ich mal lesen, Vers 19 und ein paar folgende, dass Jesus sich den Jüngern zeigte. Und da heißt es, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Die Jünger hatten Angst, was die Juden ihnen antun würden und ob sie eventuell tatsächlich ihr Leben geben müssen, auch für diesen Jesus. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte hinein und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also jetzt zeigt sich Jesus, Jesus sieht diese Jünger, wie sie sich einschließen vor Furcht, weil sie Angst haben, was passieren würde. Obwohl, da diese Maria war am Grab, die Jesus schon gesehen hatte, die sie Engel schon gesehen hatte, obwohl bald die Emmaus-Jünger kommen würden, angerannt kommen würden, die sagen, sie haben Jesus gesehen. Trotzdem sperren sie sich ein. Trotzdem sind sie voller Furcht. Und wir lesen dann weiter in Vers, wo der Thomas, sorry, wo steht das, der Thomas, dann Vers 24, heißt es dann, Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen. Das war so ein bisschen ein unglücklicher Tag für ihn. Erst stirbt Jesus und dann trennt er sich noch von seinen Freunden. Wenn ich mit Unglaube zu kämpfen habe, dann ist das, wenn ich die totale Zerstörung in meinem Leben will, die beste Idee, mich auch von der Gemeinde zu trennen. Hervorragende Idee, um meine Krise noch größer zu machen. Keine gute Idee, sich zu trennen. Wenn ich im Glauben Herausforderungen habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann bitte verlasse die Gemeinschaft nicht. Das ist der beste Weg, um ziemlich schnell die Krise noch größer zu machen. Und wir lesen dann weiter, Vers 25, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meinen Finger in das Nägel mal lege und meine Hände in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Jesus sieht diesen Mann, der ihn eigentlich liebt, aber so Schwierigkeiten hat, dass er es in seinem Kopf klar zu kriegen. Und für diesen Mann kommt er jetzt nochmal. Das lesen wir dann in Vers 27. Er kommt wieder nach acht Tagen und dann spricht Jesus zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, in die Wunden und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind, die nicht sehen und auch glauben. Wovon zu fragen, ja warte mal, Jesus sagt, es ist gut für mich, wenn ich noch nichts sehe und dennoch glaube. Wir sagen, es ist doch schrecklich. Warum ist es gut, dass ich über Jahre für ein Familienmitglied bete, aber es passiert noch nichts. Warum ist es gut, wenn ich Herausforderungen meiner Ehe habe, aber die Lösung kommt noch nicht. Warum ist es gut, dass ich tagtäglich auf meiner Arbeit ungerecht behandelt werde, aber Gott bringt noch keine Veränderung. Jesus sagt, das ist gut. Warum ist denn das gut? Warum ist das gut, wenn ich wie Abraham jahrelang auf Kinder warten muss, wenn ich für meinen Ehepartner so lange beten muss. Das war meine Herausforderung, als ich hier ins Frühgebet kam, Gott kennenzulernen, aber dann ziemlich schnell auch die Frage, wie kann ich eigentlich meine Frau finden. Und dann war da eine Person, für die ich ziemlich viel gebetet habe und wo ich oft die Frage gestellt habe, Gott, warum machst du das nicht einfach? Warum machst du das nicht einfach so? Warum muss ich warten und warten und beten und beten und fasten und Kampagne und Kampagne und Kampagne? Warum machst du das nicht einfach so? So, Jesus sagt, das ist gut so. Warum ist das gut so? Ich glaube, aus zwei Gründen. Ist das gut so? Weil ich dann trainiere. Vielleicht hast du einen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich will schlanker werden. Ich will fitter werden. Und dann startest du, okay, heute ist der letzte Tag, wo ich mit meiner Chipstüte vor meinem YouTube-Tutorial sitze und jemanden angucke, wie er schön den perfekten Körper hat, den ich auch will. Wenn ich da sitzen bleibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich meinen Vorsatz tatsächlich umsetzen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt nach elf Tagen deine Vorsätze, ob du da eine gute Richtung steuerst oder noch ein bisschen korrigieren musst. Wenn ich meine Muskeln nicht trainiere, dann darf ich mich nicht beschweren, dass ich im September da sitze mit einem dicken Bauch. Außer, ich bin schwanger. Also wenn ich nichts tue, ja, dann werde ich auch nichts sehen. Und so ist das in meinem geistigen Leib, gibt es diesen entscheidenden Muskel namens Glaube. Wenn ich nicht trainiere, darf ich mich bei niemandem beschweren. Nicht bei meinem Pastor, nicht bei meinem Familienkreisältesten, nicht bei Gott, nicht beim Feind, weil er mein Leben so schwierig macht, weil die Corona-Krise gerade so schwierig ist. Wenn ich nicht trainiere, bin ich schuld. Und das ist wunderbar, weil ich kann das verändern. Wenn ich auf deine Hilfe warte, dann kann ich das nicht verändern. Wenn ich auf mich warten muss, dann kann ich das verändern. Und das ist wunderbar, dass die Bibel uns immer Anteil gibt an dem, wie unser Leben läuft. Und wie wunderbar ist es, wenn ich tatsächlich aktiv werde im Glauben. Wenn ich diesen Muskel trainiere. Und wo trainiere ich den? Am besten im Gebet. Das Gebet sollte mein Fitnessstudio sein. Nicht nur meine ganzen Anliegen Gott zu bringen, sondern meinen Glauben zu trainieren. Römer 10, 17 sagt uns, woher kommt der Glaube, wo wächst er? In der Predigt. Und ich habe eine erschreckende Nachricht für dich. Das Frühgebet wird dir nicht die beste Predigt bringen. In den letzten 18 Jahren wurden wunderbare Predigten hier gebracht. Aber die beste Predigt findest du nicht hier. Die beste Predigt findest du nicht bei YouTube. Sondern der Prediger wohnt bei dir zu Hause und kommt am besten zum Einsatz, wenn die Tür geschlossen ist und keiner dich beobachtet. Wenn du dich selber lehrst. Es wäre tragisch, wenn du mir nach dem Frühgebet hier sagst, Bernd, was war ich denn? Eine wunderbare Message von dir. Dankeschön, sehr interessant. Du gehst nach Hause oder zur Arbeit, aber denkst nie wieder drüber nach. Ja, was hat es gebracht? Ja, nichts. Also ich sitze immer noch in meiner Couch und esse Chips. Und ich habe nichts trainiert. Ich bin nicht ein Millimeter vorangekommen. Wenn ich mich nicht selbst lehre, dann werde ich nicht stark. Und ich kann die Schuld auf niemanden anderen schieben. Wenn ich zu Hause nicht die Tür schließe und predige zu mir, ja, dann ist nicht mein Pastor schuld. Ist nicht die komische Bibelübersetzung schuld. Ist nicht irgendwas schuld, dass ich im Glauben nicht stark werde. Sondern dann wartet der Heilige Geist auf mich, dass ich aufstehe und dass ich zu mir selbst predige. Dass ich, wie in dem Psalmen, nicht nur zu Gott bete, sondern dass ich mich selbst lehre. Und wie kann ich mich lehren, indem ich das Wort Gottes öffne und anfange zu glauben. Mir Verse rausnehmen und sage, wow, das ist ein Nugget. Da will ich wachsen. Heiliger Geist, lehre mich. Und dann fängst du an, diese Wahrheit über dich selbst auszusprechen. Und dann findest du, stolperst du über so Stellen, die dir mal vielleicht gewöhnlich vorkommen, aber eigentlich in den Ohren der Juden die größte Gotteslästerung wären. Das findet du zum Beispiel in Vers 23, wo Jesus den Jüngern sagt, Vers 22, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Klingt ja so. Ich kann jetzt zu dir kommen und sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn ich dachte, Gott vergibt die Sünden. Wie passt denn das jetzt zusammen? Jesus ist schon mutig, dass er sagt, ich kann Sünden vergeben. Und jetzt sagt Jesus, du kannst Sünden vergeben. Du sagst, warte mal, wie kann denn das sein? Und dann fängst du an zu predigen. Und dann sagst du, ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich kann Sünden vergeben. Und dann merkst du plötzlich, wie du natürlich nicht selbst Gott bist, aber wie der Heilige Geist dich in eine Einheit hineinruft, dass du agierst in Einheit mit dem Heiligen Geist. Wo es natürlich heißt, dass ich nichts ohne den Vater, ohne Jesus tun kann. Und gleichzeitig werde ich aufgefordert, das zu tun, was er tut. Wo ich in eine Einheit hineingerufen werde, mit Jesus zu agieren, über die ich mir ein bisschen nachdenken sollte. Wo ich mich nicht hilflos fühlen sollte. Gott, ich kann das ja gar nicht, weil ich so schwach und unwürdig bin. Sondern ich merke, nein, ich kann es nicht. Und es ist gut, das zu glauben. Aber ich bin hineinversetzt in einen Status zur Einheit mit Gott. Und das kann ich lernen im Gebet. Dass ich für etwas bete, aber gleichzeitig realisiere, dass Gott es liebt, nichts zu tun, bevor ich nicht meinen Teil auch dazugebe. Jesus wünscht sich, dass sein Wirken mit meinem Wirken so sehr verschmilzt, dass es vielleicht gar nicht mehr erkennbar ist, wer es getan hat. Es heißt immer wieder, dass die Apostel geheilt haben. Haben die Apostel geheilt? Nein, Gott hat doch geheilt. Aber es steht, dass die Apostel geheilt haben. Manchmal wird in der Bibel dieser Aspekt, von dem, was wir tun, betont. Und manchmal das, was Gott tut. In Realität ist das immer beides. Das heißt, ich bete für jemanden, aber ich lasse es nicht aus, zu begreifen, dass ich Teil der Lösung bin. In den allermeisten Fällen. Ich kann natürlich nicht, wenn ich für Afrika bete, muss ich nicht jedes Mal hinreisen. Aber wenn ich für meine Gemeinde bete, dann sollte ich mir bewusst sein, hey, ich bin Teil der Lösung. Das heißt, ich bete für jemanden, ich bete für etwas in der Gemeinde und ich bin bewusst, hey, ich schreibe dieser Person auch während der Woche. Ich treffe sie vielleicht sogar und ich begegne ihr am Sonntag und bin vorbereitet. Ich bete nicht einfach und zehn Jahre danach, oh Gott, hat eigentlich gar nicht so viel in meiner Gemeinde gemacht. Ja, weil Gott die ganze Zeit gewartet hat, wann ich denn tatsächlich aufstehe und Teil der Lösung werde. Und das begreife ich im Gebet, diese Einheit mit Jesus, dass Entmutigung und Anklage so fremd für ein Kind Gottes sein sollten, das begriffen hat, dass es in Einheit mit dem Allmächtigen Gott lebt. Eine zweite Sache, warum das so kostbar ist, dass wir nicht sehen, ist, weil es Gott ehrt. Haben die Engel, die vor Gottes Thron stehen, Probleme, Gott anzubeten, weil sie sich gerade müde fühlen, weil sie denken, ja, Gott verstehe ich nicht und seine Heiligkeit, keine Ahnung, was das ist. Nein! Sie stehen und sind verzückt von der Gegenwart Gottes, weil sie Gott Angesicht zu Angesicht sehen. Das heißt, ist es eine große Leistung, für Engel Gott anzubeten, wenn sie seine Gegenwart sehen? Mittelmäßig. Weißt du, wie stolz Gott auf dich ist, wenn du, obwohl du nichts fühlst, obwohl du nichts siehst, dich jeden Tag entscheidest, ich diene diesem Gott, ich vertraue diesem Gott und ich vertraue diesem Wort, was er gesprochen hat. Weißt du, wie Gott sich geehrt fühlt, wenn du glaubst, ohne zu sehen, wenn du vertraust, ohne zu fühlen, wenn du dich selbst lehrst, weil du weißt, ich will stark werden. Weißt du, wie Gott sich geehrt fühlt, wie es sein Herz berührt, wenn du glaubst, ohne zu sehen, wenn du glaubst, ohne zu fühlen, wenn du glaubst, ohne zu spüren. Das sollte unser Herz berühren. Wenn der Gott, wenn der Vater uns sieht, wie wir noch nichts sehen, wie wir nichts Tolles fühlen, aber wir entscheiden uns, wir trainieren diesen Muskel und sagen, ich glaube, dass das Wort Gottes immer noch treu ist. Ich glaube, dass du, Gott, meinen Arbeitskollegen retten willst. Ich glaube, dass du meine Familie verändern willst. Ich glaube, dass du unsere Gemeinde erneuern willst. Ich glaube, ich sehe noch nichts. Und ich zähle nicht die Tage, wie lange ich schon warte, sondern ich begreife, ich ehre Gott und ich trainiere meine Muskeln, um stark zu werden. Ich habe gestern das Zeugnis gehört von einem Mann, der heißt Olaf Lohse. Das war ein Typ, der hat seine ganze Kindheit und Jugend und Drogen verbracht. Er kam dann irgendwann zu erkennen, und sagt, hey, wenn ich so weiter lebe, ich zerstöre doch mein Leben. Und er hat das Gefühl, dass Gott ihn ruft. Er hat die Schritte gemacht, Gott gesucht, wurde Co-Pastor in der Gemeinde, hat, wie er sagt, fast jedes Wunder, das im Neuen Testament beschrieben ist, erlebt und gesehen, hat dann aber gemerkt, dass er so viel von seinem Herz in den Dienst investiert, dass er nicht mehr fähig war, für seine Familie da zu sein. Diese Beziehung, diese Ehe, diese Familie gestorben ist und in die Brüche gegangen ist. Er selbst wieder an Alkohol gegangen ist, wo er gemerkt hat, das, das ich übernatürliches sehe, ist nicht das Fundament, auf dem mein Glaube steht. Dass ich sehen darf immer wieder, ist super und sollte mich zur Dankbarkeit führen, aber ist niemals ein Fundament für mein Glaube. Das heißt, wenn ich denke, ich kann nicht glauben, weil ich noch nicht gesehen habe, dann sagt Jesus, hier, Glaube, falsch. Dein Glaube hat nichts zu tun mit Sehen. Sondern glücklich ist der, von Gott bevorzugt, ist der, der glaubt, aber nicht sieht. Und ich will uns ermutigen, dass wir dieses Jahr starten und diesen Fokus haben, auf diesen Muskeln, im Glauben zu wachsen. Und nicht zu warten, auf den Tag, wo ich sehe oder fühle, sondern Wahrheit in Anspruch zu nehmen. Und das besonders im Gebet. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns sehr klare Anleitungen gibst über dein Wort, über wie wir leben können, wie wir wachsen können. Und ich bete, Vater, dass wir uns nicht mehr abhängig machen von Umständen, von Mitmenschen, von Gefühlen und unserer eigenen Logik, sondern dass wir dein Wort nehmen und selbst der beste Prediger auf dieser Erde werden, der fähig ist, uns selbst zu belehren. Dass wir nicht warten auf Prediger A oder Prediger B, sondern dass wir aktiv in unserem Kämmerlein dein Wort in Anspruch nehmen. Und danke, Heiliger Geist, dass du tatsächlich alle Zeit mit uns in Einheit leben und arbeiten willst. Amen.